Hallo, hallo liebe Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Vlog mit eurem Xauroc. Oha, 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 es ist so viel los. Unglaublich. Man hat das Gefühl, man sitzt den ganzen Tag nur rum, aber das stimmt gar nicht. Also, es ist echt krass, ja? Also das Auto haben wir jetzt gemacht, das ist auch gut so. Ich habe gestern noch Teile bestellt, und zwar jetzt Zündkabel und Zündkerzen, weil ich den heißen Tipp bekommen habe, dass vielleicht die falschen Zündkerzen drin sind noch. Das werden wir jetzt ausprobieren. Ist nicht ganz so günstig, kommt aus den USA, soll am Freitag da sein. Also nicht so ganz so günstig, aber die günstigste Variante im Vergleich zu, wenn ich jetzt die ganzen Sensoren ausgetauscht hätte. Und man hatte mir gesagt halt, dass die Sensoren das wahrscheinlich nicht sein werden, weil dann hätte ich entweder eine Fehlermeldung oder es hätte noch irgendeinen anderen negativen Effekt. Und die habe ich nicht. Ich habe weder einen Fehlercode im Bordcomputer noch irgendein anderes Problem. Deswegen ist die Zündkerze und die Zündkabel gar nicht so dumm. Deswegen, wenn wir die jetzt mal machen, auch wenn wir die Zündkerzen relativ neu drin haben, aber es sind wahrscheinlich die falschen Zündkerzen. Schauen wir mal auf jeden Fall. Ich habe gestern, gestern Volkuneut fertig gemacht. Sehr cool, bin ich sehr froh drüber. Schönes Projekt, hat sehr viel Spaß gemacht. Mal gucken, ob wir nochmal einen Stream machen als 12 Stunden oder 6 Stunden Speedrun. Mal gucken. Wäre eigentlich ziemlich nice, weil ich glaube, man kann das viel schneller durchspielen. Und das würde mich doch nochmal schärfen, das nochmal durchzuspielen als Speedrun. Und ja, ich bin auch schon gespannt, was wir als nächstes als Projekt machen. Ich würde ja gerne ein größeres VR-Projekt machen. Mal gucken. So was wie zum Beispiel, was hatte ich denn da? Warte mal, Titanic VR oder irgendwie sowas. Mal gucken. Irgendwie so. Und ja, genau. Heute steht für mich Scrub Mechanic an. Ähm, Fangrations vorstellen. Und ja, genau. Das war es eigentlich auch schon. Ich werde auch heute nicht so lang machen von dem Vlog hier, weil ich dann gleich wieder weg bin und gleich weiter muss. Und ja, genau. Soweit Stand der Dinge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ah ja, das ist jetzt die dritte Woche. Die vierte Woche hat jetzt begonnen. Mein Gott, meine Haare. Ich muss zum Friseur. Mittwoch könnte ich zum Friseur vielleicht gehen. Mal schauen. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wenn ihr diese Fahne jetzt ein Like da lassen. Soll ich zum Friseur gehen? Wenn ja, lasst ein Like da. Da machen wir mal ein Video von. Bis dann. Ciao, ciao.